Am Wochenende hat das Saisonabschlussfest für Nathalie von Siebenthal in Launen stattgefunden. Nach einem ausgedehnten Aperitif im Freien ist man in die Turnhalle zum offiziellen Teil gegangen. Der Ski-Club und der Fan-Club haben einen Unterhaltsamen Abend zusammengestellt. Nathalie von Siebenthal war in der Mitte und hatte die Freude an diesen Darbeitungen. Neben den Grußbotschaften von offizieller Seite gab es auch noch eine ganz amüsante Einlage. Matthias Re今年 ist mit einer Kirchefung der Kirchefung der Kirchefung der Kirchefung. Schale! 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 Nathalie von Sebetal hat sich für die grosse Unterstützung bedankt. Sie hat die Freude, dass sie den Erfolg mit den Einheimischen teilen konnte. Zyllisch! advise actor, von besten und benutzen Potenziale, Aye, das ist eine andere Aufgabe. Die fatty-zykler als skater 17 JahreBI tenido! Sie konnte dieses Klamour fielen. Vielen Dank.